Detlef Buck ist ein deutscher Filmregisseur, Schauspieler, Drehbuchautor und Filmproduzent. Leben und Werk Detlef Buck wuchs auf dem Bauernhof seiner Eltern Herbert und Inge Buck, geborene Freiherrin von Steinbeck in Nienwold, Schleswig-Holstein, auf und absolvierte nach Abitur und Zivildienst zunächst eine Lehre als Landwirt. Zu dieser Zeit bewarb er sich an einer Hamburger Schauspielschule, scheiterte jedoch bei der Aufnahmeprüfung. Die Kontakte zur Filmszene stellte er durch seine Bekanntschaft mit dem Kameramann und Regisseur Wolfgang Fischer Her, für dessen nie öffentlich gezeigten Spielfilm was sein muss, muss sein er 1982 erstmals vor einer Kamera stand. Noch während seiner Lehrzeit drehte er im Alter von 21 Jahren selbst seinen ersten Film Erst die Arbeit und dann? Der Film erschien kurze Zeit nach Bucks Aufnahme in die Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, wo er von 1985 bis 1989 studierte. Mehrere seiner während des Studiums entstandenen Filme wurden Jahre später im Fernsehen oder im Kino gezeigt. Die ersten Filme Bucks sind deutlich autobiografisch geprägt und spielen vor einem von der Landwirtschaft geprägten Hintergrund. 1991 gründete Buck zusammen mit Klaus Boje die Boje-Buck-Filmproduktion GbR, die ein Jahr später in Boje-Buck-Produktion GmbH umfirmierte. Die Firma produzierte ihren ersten Langfilm Carnigals mit Bernd Michael Lade und Julia Jäger. Einem größeren Publikum wurde Detlef Buck mit seinem Film Wir können auch anders bekannt. Dieser hatte auf der Berlinale 1993 Premiere und wurde von der internationalen Jury lobend erwähnt. Buck führte bei verschiedenen deutschsprachigen Erfolgsfilmen der 1990er Jahre Regie, darunter Männerpension, mit dem er seinen Durchbruch hatte. Er tritt in seinen Filmen oft auch als Darsteller auf oder hat Cameo-Auftritte. Buck war in der von Leander Hausmann inszenierten Friedrich-Schiller-Verfilmung Kabale und Liebe zu sehen. Weitere Rollen hatte er in Herr Lehmann, Sonnenallee, Blue Moon und Eme und Jaguar. Ende September 2005 spielte er eine Hauptrolle in der Komödie NVA von Leander Hausmann. Nebenher inszenierte er zahlreiche Werbefilme und 1993 zwei Musikvideos für die Gruppe Die Ärzte. Im Jahr 2007 konnte er mit Hände weg von Mississippi, worin der Kampf eines Mädchens um die Rettung seines Pferdes erzählt wird, auch in der Sparte Kinder- und Jugendfilm einen Erfolg verzeichnen. Von November 2008 bis Januar 2009 fanden die Dreharbeiten zu Bucks Film Same Same Bad Differenz statt, einer Liebesgeschichte zwischen einem deutschen Rucksack-Touristen und einer HIV-positiven Kambodschanerin. Das Drehbuch folgt dem autobiografischen Buch Wohin du auch gehst von Benjamin Prüfer. 2012 wurde seine Literaturverfilmung Die Vermessung der Welt veröffentlicht. In den folgenden Jahren widmete er sich der Filmreihe Bibi und Tina, deren vier Teile er inszenierte. Mit der Fortsetzung Bibi und Tina – die Serie drehte Buck erstmals eine Fernsehserie. Sie wurde 2020 veröffentlicht. Das Filmdrama Asphalt Gorillas wurde 2018 veröffentlicht, im gleichen Jahr folgte die Komödie Wuff – Folge dem Hund. Als Geschäftsführer der Firma Silbersee Film GmbH ist Buck auch als Werbefilmer tätig. In der Firma entstanden zwischen 1994 und 1996 Werbefilme für Flensburger Pilsener, die den für Buck typischen Humor zeigen. Mit Joachim Löw drehte er Werbesputz für Nivea. Ab Oktober 2005 moderierte Buck für einige Monate auf N24 zusammen mit dem Journalisten und Filmkritiker Knut Elstermann die wöchentliche Sendung Cinematoc, in der aktuelle Filme besprochen wurden. Seit 2010 inszeniert er für den NDR die humorvollen Clips aus der Das Beste am Norden Reihe. Detlef Buck gehörte 2003 zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Filmakademie. Seit 2005 ist er Mitglied der Freien Akademie der Künste Hamburg. Privatleben Detlef Buck hat drei Töchter und lebt in Berlin und in Nienwold. Seine Tochter Bernadette Knoller ist Filmregisseurin. Auszeichnungen 1992 Bayerischer Filmpreis Nachwuchsregiepreis für Carnigals 1992 Preis der deutschen Filmkritik für Carnigals 1993 Deutscher Filmpreis Bestes Drehbuch für Wir können auch anders 1994 Goldene Filmspule 1996 Bambi 2000 Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein 2004 Deutscher Filmpreis Bester Nebendarsteller in Herr Lehmann 2006 Berlinale Preis der Vieh-Press-Jury der Internationalen Filmkritiker für Knallhart 2006 Deutscher Filmpreis Silberne Lola für Knallhart 2007 Deutscher Filmpreis Bester Kinder- und Jugendfilm für Hände weg von Mississippi 2007 Bayerischer Filmpreis Bester Jugendfilm für Hände weg von Mississippi 2007 Norddeutscher Filmpreis für Besondere Verdienste 2012 Romy für Bestes Buch Kinofilm Rubbel die Katz 2021 Verdienstorden des Landes Schleswig-Holstein